Perfekt! Das war ein guter Besuch! Irgendwas Besonderes mit einer Bestickung oder sogar einem Aufdruck. Aber was ich alles in die Frank habe, ist alles nur was ich Handlergefein gegeben. So, jetzt machen wir deinen kompletten Text. Ich bin nicht aufgeregt. Was? Ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass ich die jungen Wellen abschiebe. Claudia auch. Ah! Ja, das ist der Tag bevor der Heirat ist. Der Olli ist im Bild. Aber ich hab einfach nichts zu machen hier. In die Kamera? Was? Ich verstehe mich nicht. Wollt ihr die erste Spiele? Er kann Sex. Er ist ein bisschen sauer. Was machst du denn da? Wie soll man das schon eingepisst sein? Wie? Wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, ein bisschen. Okay. Das war ein gutes Mal. Ich hab das so gut gemacht. Was?